Okay, die kommen alle zusammen auf die Bühne. Masters Frauen Physik, da sind insgesamt fünf Teilnehmerinnen. Ich darf die Masters Frauen Physik-Klassen vorstellen. Die Startnummer 17 ist Andrea Simak, Andis Gym. Startnummer 25, Daniela Albrecht, MC Shape, Alten gesteckt. Startnummer 26, Katja Heldt, Hall of Cross Sports. Startnummer 27, Olga Osterried, Team Holzer. Und die Startnummer 86, Alexandra Krabat, Team Holzer. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung für Rückenansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung für Rückenansicht. Und eine Vierteldrehung für Rückenansicht. Doppelbizeps. Doppelbizeps. Seitliche Brustpose. Doppelbizeps in Rückenansicht. Seitliche Trizeps-Pose. Doppelbizeps. 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 All right, here we go. Okay. Here we go. Doppelt biceps. Okay, so perfect. Super. Seitliche Brustpole. Nice. Doppelt biceps, Rückenansicht. Doppelt biceps, Rückenansicht. Doppelt biceps, Rückenansicht. Sagt sich die Trizeps pose. Doppelt biceps, Rückenansicht. Doppelt biceps, Rückenansicht. So, jetzt geben wir noch mal kurz. Danke für euch. Wir sind mit ihr. Danke schön an die Master Show Musikklasse. Wir dürfen die gleich normalen Büros an, und zwar einzeln. Sie dürfen alle ihre Chür präsentieren. Es geht genau eine Minute. Und auch das wird ganz normal bewertet bei uns. So, jetzt haben wir die Startnummer 17. Andrea Siemer darf beginnen. Hi, Heidi. Okay. Das war's für heute. Dankeschön, Andrea Siegmark, Andi's Gym. Und jetzt werden wir die Startnummer 25 begrüßen. Daniela Albrecht, MC Shape, Altengestatt. Du darfst. Vielen Dank. Danke schön, Daniela Albrecht. Familie Startnummer 26, Katja Held, Hall of Cross Sports. Amen. 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 Dankeschön, Katja Held von Sports. Heute kommt mit dem Startnummer 27, Olga Osterried, Team Holzer. Untertitelung des ZDF, 2020 Startnummer 86, Alexandra Krabat, auch vom Team Holzer. Das war's. Das war's. Dankeschön. Und zwar darf ich mit auf die Bühne bitten.